Paket, Briefmarke. Aber da ist irgendein AR, AR Symbol drauf mit Pfeilen und QR-Code. Das war es aber. Sonst nix. Was kann das denn sein? Also ich habe heute noch weniger Ahnung als ihr, glaube ich. Aber scheinbar geht es darum, heute Netzgeschichten. Eine Verpackung mit seltsamen Codes, Freunde, drauf. Also ich glaube, da brauche ich ein bisschen Hilfe. Du siehst aus, als hättest du Ahnung. Ja, ein bisschen vielleicht. Mal gucken. Hallo, Martin. Grüß dich. Warum sitze ich hier mit so einer Box und habe keine Ahnung, was du willst? Du warst schon gar nicht so verkehrt unterwegs. Hier mit dem QR-Code und dem AR. Das AR steht für Augmented Reality, also erweiterte Realität. Und der QR-Code, der ist keine Briefmarke, sondern der dient dazu, eben zu erkennen, was denn eigentlich hier handelt. Und wenn wir das mit dem Smartphone abscannen, dann können wir auch in die digitale Welt reinschauen. Ich kann dir das ja einfach mal zeigen, was sich dahinter verbirgt. Wir scannen hier einfach mal den QR-Code. Und dann kannst du dir das selber mal anschauen. Ja, was ist das denn? Das heißt, man kann sehen, was drin ist und darunter explodieren noch ein paar Magenta-Blöcke. Das ist ja cool. Okay, das heißt, ich kann im Geschäft schon sehen, was im Paket drin ist. Ganz genau. Ja, richtig. Also du kannst dir das Produkt schon vorher anschauen, bevor du die Box eigentlich aufmachst. Und die Idee von dieser Verpackung ist erstmal gewesen, wie können wir eine nachhaltigere Verpackung schaffen. Also eine, bei der wir nicht so viel Material bedrucken. Und das kann natürlich noch viel größer erweitert werden dadurch, weil die Fläche ist begrenzt, die digitale Welt nicht. Wie funktioniert das denn jetzt genau? Man hat einen QR-Code und da sind dann alle Daten von dem Paketinhalt drin, oder wie? Na, so ungefähr. Also der QR-Code dient nur dazu, damit die App das Ganze erkennt, was dann eigentlich da drin ist. Und die Daten sind dann entweder in der Cloud oder in der App und können dann über die App abgerufen werden und mir eben auf meinem Smartphone angezeigt werden. Über diese Idee sind dann eben noch ganz viele Möglichkeiten erwachsen. Also das ist was, was draußen weggelassen werden kann, was bedruckte. Aber du kannst natürlich auch die Bedienungsanleitung weglassen und das ganze Papier einsparen. Und das ist ja manchmal entweder so ein dickes Buch oder du hast so einen Fallzettel, den du auseinander machst. Und das kannst du natürlich in der digitalen Welt ganz anders gestalten. Was hat diese Verpackung denn noch für Vorteile? Ein ganz großer Vorteil ist natürlich noch, dass man das auch global anbieten kann mit einer Verpackung für alle Länder, die ich bediene. Du weißt eigentlich immer, wo dieses Paket gerade zum Einsatz kommt. Es sieht immer gleich aus, nur die Veränderung findet in der digitalen Welt statt. Und damit kannst du natürlich dann eigentlich alle Sprachen abbilden. Und dann gibt es ja auch den sogenannten Unboxing Moment. Also das heißt, wenn ich das erste Mal mein neues Gerät auspacke und mich sozusagen emotional auch damit auseinandersetze. Ja, was ist das denn? Wenn ich jetzt hier so das Paket aufmache, dann kommt mir nicht das Produkt entgegen geflogen. Aber in der digitalen Welt können wir das natürlich hervorheben und es so eine kleine Explosion geben. Und das sieht halt ganz anders aus. Also echt eine ganz schön nachhaltige Geschichte. Vielen, vielen Dank, dass du heute dieses Rätsel für mich gelöst hast. Im Schnitt verbraucht jeder deutsche Bundesbürger im Jahr ungefähr 227 Kilo Verpackungsmaterial. Und da ist jedes gesparte Gramm doch echt schon mal ein Gewinn, oder? Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Ansonsten gilt wie immer, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder, hier bei den Netzgeschichten. Ups.